Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Ich werde heute mit Ihnen über die Lipizzaner Goldbarren sprechen, der Münze Österreich. Und ja, wir werden hier etwas in die Details gehen und ich hoffe, ich kann Ihnen hier heute einige wichtige Informationen schenken. So, meine Damen und Herren. Und dann schauen wir uns hier auch jetzt in der Nahaufnahme die wunderschönen Goldbarren an. Es ist so, dass Sie hier außen die 1-Gramm-Stückelung vom Lipizzaner Goldbarren sehen. Wir werden ihn mal etwas schwenken, dann erkennt man auch das Kine-Hologramm mit dem Reiter und dem Pferd, dem sogenannten Lipizzaner Pferd. Das ist eine Pferderasse. Dann ist es so, dass Sie hier in der Mitte die 5-Gramm-Größe sehen und Sie sehen hier außen die 10-Gramm-Größe. Es gibt von diesen Barren im Prinzip nur 3 verschiedene Barren. Wenn man sich die Rückseite anzieht, kann man es auch etwas erkennen, dass es sich um einen 10-Gramm-Barren handelt mit der Feinheit von 999,9. Sie sehen hier unten auch die Seriennummer aufgeprägt auf dem Barren und entsprechend in der Blisterkarte sehen Sie die Seriennummer zusätzlich auch nochmal ergänzt. Die Barren werden immer in den entsprechenden Blistern von uns geliefert. Sie sehen hier den Hersteller auf der Vorderseite, der Münze Österreich. Und die Barren liegen in der preislichen, ganz normalen Preisklasse von den Anlagebarren, wie beispielsweise die Firma Herreus oder die Gussa. Also zum Anhalt der 1-Gramm-Barren liegt etwa bei 50 Euro, dieser Barren bei 215 Euro und dieser Barren etwa bei 400 Euro. Und damit haben Sie hier eine Möglichkeit, sich neben dem klassischen Effekt ein Anlageprodukt zu erzielen oder ein Anlageprodukt zu erwerben. Auch noch gleichzeitig einen gewissen Sammlercharakter, weil diese Barren sehr selten sind und nicht viele Hersteller bieten diese Barren an. Wir sind auch ganz stolz, dass wir die anbieten dürfen und ja, ansonsten gibt es zu den Barren nicht wirklich viel zu sagen. Das Echtheitsmerkmal wird etwas bestärkt durch dieses Hologramm, weil das Hologramm eben von der Münze Österreich entsprechend aufgebracht wird. Und an dieser Stelle sind wir auch schon am Ende des Videos. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video bis zum Ende angesehen haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns einen Daumen hoch hier lassen. Vielleicht das ein oder andere Kommentar unten in die Kommentare schreiben. Oder wenn Sie uns auch persönlich für eine Beratung anrufen. Und zwar, die Nummer sehen Sie hier eingeblendet. Sie erreichen mich, Dominik Kettner persönlich oder auch meinen Vater Jürgen Kettner. Wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren, freuen wir uns ebenfalls. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.